Wir befinden uns in einer Seitengasse, wo uns dieser kleine Malaki hingebracht hat, sozusagen. Wir sind ihm jetzt gefolgt und... Schnee! Ja, und wir sind dann hier in diesen Tunnel reingeraten, wo dieser Leiter ist. Aber wohin führt uns dieser Leiter? Mein Tales of Berseria. Schauen wir mal. Sohko? Diese Niohine... ... ist ein Krochbäck, oder? Krochbäck? Das ist ein Krochbäck, als die Melkionite. Das ist ein Räueres Krochbäck. Wenn man es mit einem Krochbäck ist, wird es kraft. Wenn man es mit einem Krochbäck ist, wird es kraft. Das ist ein Krochbäck, wenn man es wirklich. Das ist ein Krochbäck, oder? Das war's für mich. Also, das ist der Fall. Nein, das ist der Fall. Oh, da hinten ist noch was. Ja, das nehme ich jetzt auch mit. Okay, noch eine Koffermünze. Gut zu verkaufen. Ui. That's beautiful. Oh my God. Stimmt, die Kugeln habe ich schon wieder fast vergessen. Aber wow. Bandainamco. Super gemacht. Gefällt mir. Was haben wir hier? Flammensteinsplitter. Noch mehr. Flammen. Feuerring. Oh, Moment. Feuerring. Das brauche ich. Was haben wir denn hier? Resistenzenring? Bäh. Wer braucht das schon? Feuerring. Plus 30. Maximale Arteverteidigung. Plus 5. Nicht demanzialen. Ich will mehr Schaden machen mit Feuerzeug. Wenn ich es schon habe, dann gibt es mir doch. Okay. Wir befinden uns in einer Stadt. In Hellwaves. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Aber egal. So. Ich habe herausgefunden, wie ich die Karte auch machen kann. Und zwar habe ich bei der letzten Folge nochmal nachgeschaut. Das ist hier. Wenn man da drin ist, kann man drei klicken. Und dann sieht man die Karten. Titania Gefängnis. Also sind wir eigentlich schon sehr weit. Oh, die haben die neuen Zeichen. Ah, die haben die Zeichen gelassen. Das finde ich cool. Arigato gozaimasu. Okay. So. Mit den Leuten hier reden. Ich lasse das, glaube ich, lieber Mann sein. Und dann bin ich bei der Karte. Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Exorzisten wahrnehmen soll. Ich meine, sie sind weiß angekleidet, sie machen ja eigentlich das Richtige. Sie versuchen die Menschheit zu retten, indem sie Dämonen töten. Aber auf eine andere Art und Weise bin ich ein bisschen skeptisch darüber, weil, ja, ich weiß nicht genau. Sie ist wunderschön, oder? Das Neueste vom neuen Krankendesign. Perfekt für die offene See und mit einem großen Frachtraum. Sie wird die Güte des Nords in jeden Teil des Reichs bringen und mit dem Schätzen der Welt zurückkehren. Können wir das entern? Nein, ähm, genau, ich bin ein bisschen skeptisch. Eigentlich machen sie das Richtige und wir sind die Bösen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Arthus etwas Falsches gemacht hat, weil er den kleinen Knaben geopfert hat. Und ich habe jetzt gerade keinen Plan, wo entlang das geht. Das sind wir sicher da hinten gekommen und hier sollte es eigentlich wieder rausgehen? Nein, okay. Das sind die Wachen einfach nur dafür hier, wenn Piraten kommen. Was? Ihr seid Piraten? Ihr dürft ihr nicht hinterher. Ihr dürft ihr nicht Anker setzen. Okay, tut mir leid. Äh, egal, so. Oh, das leuchtet. Warum ist es beleuchtet? Okay. Weil, boah, weil, einfach so. Eingelaufen. Ich suche einen Shop. Der Shop ist da oben. Oh, es gibt noch andere. Oh, ui, Speicherpunkt. Das finde ich cool. Was zum Teuf... Wie sind die Kinder hier hingekommen? Passt auf! Da ist Rutzisch und da ist Wasser. Ihr könntet sterben durch die Erkältung. Äh, okay, lassen wir das. Äh, okay, da ist nichts. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen rumlaufen, um die Stadt ein bisschen zu erkundigen. Wir können hier hoch. Wir können... Oh! Oh! Wir können hier eine Truhe mit Kätzl aufmachen. Okay, da ist noch eine Leiter. Wollen wir die Leiter hoch? Ich glaube noch nicht. Ah, später. Flammensplitter. Moment mal. Wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite, wenn wir... ...nicht den Stern triggern wollen? Hm. Oder müssen wir mit dir noch reden? Maybe. Bin mir nicht ganz sicher. Hm, schau mal hier. Haha, mit dir noch reden. Verdammt! Oh, es ist ein sehr guter Buggier. Ich habe den Fuhn-Dai-Kun-Handash-Wandash-Wandash-Wandash-Wandash-Wandash. Oh, das ist so auch nur ein Mensch, wie ein Mensch. Ich bin in der Schule und ich kann das sehen, ob es ihr'n machen können. Oh, das ist so. Oh. Okay, die lassen wir mal schön aus. Ah, so. Noch eine Kupfermünze. Ich will noch unbedingt... Was zum Assesser? Soll ich mit der Gille? Was zum Teufel? Schwanderei? Oh, okay. Da gibt es die Kiste noch. Schauen wir mal, wie das ist. Zum Öffnen dieser Katzkisten werden 15 Katzgeister benötigt. Möchtest du jetzt öffnen, derzeit die Anzahl Katzgeister einbeweist. Machen wir mal. Du hast deine Katz gefunden. Viereckige Brille. Echt jetzt? Warum das denn? Ach, Meno, ich hätte gedacht, die werden coole Ausrüstungsteile geben, aber nein. Dann reden wir ja mit der Gilde. Das war's für mich. Wenn sie sterben, dann wäre es so schlimm. Hey, ich will, ich will, aber ich will, dass es nicht so schlecht ist. Warum? Die Anzahl Katzgeisterin hat die Anzahl zu verabschieden. Die Anzahl Katzgeisterin von Tereza. Tereza. Nigo, hast du gesagt, dass du das Wort gesagt hast? Herr Tereza, ich werde immer weitergehen. Ich habe alles mit Dail gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann mich nicht mehr, aber ich habe es. Ich habe es schon gesagt, dass ich das Ding in der Mitte und ich verrunde bin. Ich war schaust. Das ist deine Frau, was ich? Es ist so cool, dass du nicht so warm hast? Ich habe nur den anderen Kurs, aber ich habe nur noch geholfen. Ich würde mich nicht mehr an, was ich? Ich kann mich nicht mehr aufwachen. Ich danke dir. Ja, ja, das ist der Weg, oder? Das ist ein Verständnis, oder? Ich weiß, dass ich das Problem verstanden habe. Wenn man einen Dail verabschiedet hat, dann kann man das Verlust werden. Ja, aber ich glaube, dass der Dail nicht so ist. Ich habe mich verabschiedet, dass ich mich nicht verabschiedet habe. Ich habe mich nicht verabschiedet, dass ich mich nicht verabschiedet habe. Ich weiß nicht, was ich. Ich habe gesagt, Dail ist aus der kleinen Stadt der Stadt. Ich weiß nicht, dass es sich in der Stadt einleitert. Ich habe einen riesigen Gowma-Tokage gesehen. Ich würde gerne mit Koruski gehen. Hey! Es ist ein Problem. Ich werde es nicht mehr machen. Ich werde es nicht mehr machen. Ich werde es auch für ein Gowma-Tokage. Ich werde es bereit. Ich werde es nicht mehr machen. Okay, sehen wir mal nach. Hoffentlich hat er keinen Stress mit Therese. Oder mich ist die Nummer, Theresa. Und ich bin mir auch nicht sicher, wer ist überhaupt die andere? Achso, die sind doch die sind doch nicht mal in meiner Gruppe? Oh, Schwallerei. Also muss ich immer noch alleine rumziehen. Warum verfolgen die mich? Ich muss mal wundern, wie die andere überhaupt heißt. Ich finde das Lächeln von dir so cool, so düster und ja, düster. Ich meine nur, ich finde es klasse. Als wäre sie böse. Vielleicht ist sie auch böse. Oh, Kiste. Schauen wir mal, was ist in der Kiste? Ein Bernsteinfragmente. Ich habe keinen Plan, was diese Fragmente eigentlich sollen, aber vielleicht helfen sie mir, meine Waffen zu verbessern. Maybe. Oh, da hinten ist er. Okay, Moment. Wir haben, glaube ich, etwas vergessen. Ah, da hinten waren wir. Okay, dann haben wir alles gesehen. Gut. Schauen wir mal nach. Hallo. Gut. Jetzt ist die andere wieder gegangen. Was soll da? So, na, diese exotischend gegleitene Herr hat bestimmt ein Auge für Kling. Einige der älteren Stücke hier sind aus dem gleichen Material gefertigt wie die ausrüstende Exorzesten. Okay, wir verkaufen aber zuerst. Wir haben sehr viele... da, Kupfermünzen, Dingsbums. So, wir verkaufen alle. Wir können sie nämlich nicht gebrauchen. Und hier auch. Angelaufene Silbermütze? Ja, auch alle. Oh, wir haben Geld. Das ist gut. Hier können wir kaufen. Oh, Bernstein-Kling ist besser. Da haben wir noch einen Bernstein-Gürtel. Ich mache da ein bisschen mehr Damage. Oh, der ist aber Bernstein-Gürtel? Mehr Präzision. Der ist Bernstein-Montur. So viele Bernstein-Bernstein-Bernstein. Okay, ich muss mir die Meisterfertiger vielleicht noch ansehen. Zeit, in der du keine Objekte benutzen kannst. Um 12% reduziert. Okay, Kampfstiefel. Was hast du hier? Fokus plus 5. Nicht-Elementarschaden reduziert um 4%. Du, 30 maximal KP. Fähigkeit gegen Halbmensch. Plus 8%. Okay. Plus 5. Angriff. Ich würde mal sagen, ich kaufe das hier. Objekt erhalten. Ventil des Wanderers. Ach so. Weil wir das gekauft haben. Und jetzt werden wir noch eins bekommen. Oder auch? Oh. Ich habe gerade gesehen. Waffenhände Calvin. Rukuro. Rukuro? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist Rukuro. Ist jetzt auch in meiner Gruppe. Das heißt, wir sollten eigentlich für ihn auch noch was kaufen. Aber... Ach, wisst ihr was? So. Was kaufen wir noch? Und dann sollte es, glaube ich, mal gut sein. So. Schauen wir mal. Uh. Rukuro. Ja. Ja. Rukuro. Gut. Habe ich gesagt. Hm. Ich bin stolz auf mich. So. Ausrüstung. Bernsteinklinge. Bernsteinklinge. Warum zweimal... Oh mein Gott. Ich habe sie zweimal gekauft. Aber die ist besser. Obustige Bern... Bernsteinkürtel. Nehmen wir auch mit. Dann haben wir die Bernsteinkürtel. Moment. Kampffrontour hat mehr Verteidigung. Hier habe ich aber mehr Lebenspunkte. Und die Präzision geht ein bisschen weg. Achso. Du hast Feuerring. Leeren Ring hat alles ein bisschen weniger. Aber mehr Angriff. Wir nehmen den leeren Ring. Äh. Da haben wir glaube ich auch nur Wack gekauft. Schauen wir mal. Bernstein Stiefel. Ist ein bisschen besser. Ganz zu reduziert. Da habe ich Fokus plus 5. Das ist glaube ich besser. Okay. Dann schauen wir mal. Fremdartiger Dolch. Da können wir nichts tun. Da auch nichts. Ah. Aber hier. Der ist ja... Der ist besser. Nehmen wir den Feuerring hier. Schauen wir mal. Hm. Das ist ganz schlecht. Ganz, ganz, ganz schlecht. Okay. Dann haben wir das gesehen. Und machen weiter. Oh. Jakuがいる. Schau dirか, Belbetto? Jakuの尻尾は最高級の招かさりになるんだぜ. Hey. Johnにないけど... 俺の実家にも Jakuの王をぜいたくにつかった見事な招かってな. Jaku usされたんだ. Langeつにすぎたるものが2つあり. Jakuの招かってない. Hmm, dann war das das... Hallo? Ist dir schlecht? Bleh, die Albe ist schlecht. Oh mein Gott, stinkt das abartig. Okay, äh, schauen wir hier. Nein, da ist nichts, gut. Ah, da vorne habe ich was gesehen. Das Glitzert und Glänzelt und das ist ein Flammensplitter. Ob wir irgendwas mit einem Flammensplitter anstellen können? Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber egal. Hallo? Hallo? Ich glaube, es ist ein Flammensplitter, dass wir ein Flammensplitter mit einem Flammensplitter anstellen können. Wie soll ich das tun? Ich habe keine Angst. Es ist bereits ein Flammensplitter, der Tereza-Sama hat. Ich glaube, es ist ein Flammensplitter, der Tereza-Sama hat. Ich will etwas, was das blitlekken. Ich weiß, das wird mir schon schlecht. Ich will, wenn es um Gouma war, sodass sie nicht mehr zurück, dann nicht mehr zurück. Du kannst nur die Flammensplitter werden, nicht wahr? Du bist nur eine Flammensplitter. Es ist wahrscheinlich ein Flammensplitter. Aber wenn man ein Flammensplitter ging, dann wurde das, was die Flammensplitter... Bin ich auch wieder skeptisch. Mann, Mann, Mann. Das Spiel ist irgendwie gegen meine... Gegen meine... Ja, was denn jetzt? Keine Ahnung, ich habe hier das Gefühl, das Spiel ist falsch. Weil ich meine, wir spielen einigermaßen die Bösen. Ich habe das Gefühl, wir spielen die Bösen. Das Spiel ist zu sagen. Manche Hörigen! Was tun... Ich sage an, ich will das Spiel. Wir können die Bösen nicht mehr Wenn wir die Bösen 1er und wir 3er Bösen haben, dann sagen wir uns zu Scientific. Wir haben die Bösen 2er K脾 отправ, Wir haben die Bösen und 1er Bösen den Bösen zu ermögern. Ja, das ist jetzt die Bösen 1er Götter von Hela-Büsen eleviert, die Bösen der Bösen da um unseren Gehen ist. Wir wollen es. Voyez da, Herr Höriger-Arm Das ist die Bösen-Base. Ich bin der Bösen-Base. Das ist ein Wettbewerb. Oh mein Gott, was sind das für Kinder? Also die Strategie war gar nicht mehr so schlecht, muss ich sagen. Aber hallo? Das ist ein bisschen übertrieben. Das ist ja nur eine Schneeballschlacht. Interessant. Globale Abkühlung. Der ist einfach Klimawandel. Der Sommer ist wieder heiß wie blöd. Mich geht es jetzt schon auf die Nerven, wenn der Sommer wieder kommt. Wieder so heiß draußen. Das Zeug. Nein. Ich laufe wieder falsch. Ich will noch die Leiter hoch. Um die Leiter mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Bevor wir uns wieder aus dieser Stadt begeben werden. Um Daili zu finden. Und ja, wird der kleine Büblein, der kleine Malachi, wird der Therese sagen, dass wir ein Dämon sind, weil er uns geheilt hat und irgendwelche speziellen Sachen gespürt hat, so wie wir sind sozusagen. Also böse. Kann ich? Komm schon, streck mal deine Arme aus. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Blammensplitter? Können wir hier überhaupt was machen? Oh, und wie? Ich habe eine Bernstein-Montur erhalten. Ich habe gerade eine gekauft. Oh, oh, Moment. Für Rokyro. Schau mal. Ach, warum? Äh, Bernstein-Klinik. Von Artikel Talisman natürlich. Was zum Teufel? Du kannst kein Bernstein-Mantel tragen. Das ist Schweinerei. Das sind Frauenklamotten-Dingsbombs. Bäh. Frauenklamotten. Bäh. Okay, dann haben wir das gesehen. Wir haben die Stadt vollkommen unter Kontrolle. Uh, nee, Moment. Mich nimmt es noch mal Wunder, was wir kaufen können bei diesem Himbeer-artigen, äh, Laden-Dingsbombs da unten. Neben der, äh, Verkaufer-Laden-Ausrüstungsschwert-Typen. Ja. Oh, so. Wir gehen mal schauen, was das ist. Und dann haben wir hier ja noch einen Rastplatz. Da können wir... Ah, vielleicht können wir jetzt hier essen und nicht beim Gasthaus. Das könnte auch sein. Also, schauen wir mal. Ein Krieg ein. Konnichi... Oh. Konnichiwa. Puh. Nun, ich habe eine warme Suppe gefunden. Das nächste auf meiner Liste ist eine herzerwärmende Geschichte. Wollt ich hier wohl so eine herbekommen? Hey, Herr Hunger. Hilf mir, Herr Zwof-Fotan. Okay, ähm. Abgeschlebt wieder Kupf haben wir jetzt. Was zum Teufel? Wir können hier nicht mal was essen? Was ist denn das für ein Gasthaus? Ah, oh. Hallo? Okay, das habe ich nur gesehen. Flammensplitter. Jetzt haben wir aber langsam genug Flammensplitter. Wann kommt denn Migolu wieder? Ich meine, so ein Gasthaus macht gar nichts. Oder muss ich jetzt vielleicht sie auf einem anderen Punkt finden? Ohayou gozaimasu! Oh, schon wieder 20. Sehr gut, sehr gut. Wir haben ja einige gebraucht. 15 Stück auf einmal in eine Kiste werfen. Das ist ein bisschen viel des Guten, aber egal. So, wir haben hier noch ein schönes Dialog zu hören. Und damit zuerst will ich mal schauen, ob da drin vielleicht was ist. Oh, ja. Abgeschmitte Kupfermünzen. Da hinten noch ein Katzstein. Oder wie hieß es nochmal? Katzfragment? Weiß ich genau. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir reden mit der noch. Willkommen ganz schön, willkommen ganz schön kalt da draußen, oder? Kommt doch rein und ruht euch etwas bei uns aus. Und ja geil für eine Übernachtungsschweinerei. Aber machen wir mal. Fuh! Sui! Oh? Sui! Yuu! Zun! Hm. Okay. Jetzt war es ein sehr guter Platz. Ich finde es ein bisschen schade, dass Velvet irgendwie so emotionslos gerade so vorkommt. Finde ich ein bisschen schade. Ich meine, sie hat gar keinen Bock auf irgendetat. Oder? Was? 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 Was war das? Was habe ich bekommen? Mode? Irgendwas vom... Färgige Brille... Cowboyhut! Oh yeah! Oh, färgige Brille. Ich bin schlau. Ich bin schlau. Ähm. Was ist mit dir? Ohne Jacke? Huh? Ah, das ist besser. Bleh! Wie kann man nur so... Ugh! Färgige Brille... Pfff! Okay. Ja, wieder typisch. Sie können es aber nicht lassen. Sie können es einfach nicht. Und... Also, sie konnten es noch mal... Äh... Sie konnten es noch nie. Und sie kann... Sie können es immer noch nicht. Irgendwelche Hüte auf die Charaktere zu machen. Ähm... Ich meine, das war einfach grobner... Ähm... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher... Also, wir waren jetzt eigentlich schon... Ah, da vorne können wir noch rein. Das will ich auch. Hallo! Oh, erlass mich sogar... Uh, es ist die Kirche. Ich glaube, hier bin ich falsch. Bleh! Ich will euch alle umblähen! Okay, der Priester ist sicher... Äh... Herr der Ewigkeit und des Ätras! Empyria! In nominati! Bitte höre mein demütiges Gespät! Vergib ihnen alle Sünden! Erlöse sie von ihren Leiden! Und bringe ihre Seelen Frieden! Amen! Äh... Oh, und tot ist er! Okay, dann... Das war es schon. Ja, am besten hätte er ein bisschen lauter geredet. Dann hätten das die anderen Leute auch noch mitbekommen. Äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo es durchgeht. Ich gehe noch mal am Hafen schauen. Ich weiß, die Folge ist schon wieder für zu lange. Stimmt. Aber egal. Wir gehen jetzt noch am Hafen mal schauen. Vielleicht passiert dir noch was. Jawoll! Ja, hinten ist etwas Schönes. Das machen wir noch. Ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, was noch alles so kommen würde. Aber das hier... Hallo! Fall nicht runter! Das war's. Das ist eine große Herausforderung. Die Stadt, die in der Erde, die in der Erde geöffnet wurde, ist, dass es eine große Herausforderung ist. Wenn man einen Sprachstuhl sagt, dann wird es ein Wunsch geben. Diese船 wird in den Autos, oder? Wenn man sich das, wenn man ihn verabschiedet hat? Das ist egal. Die Schrauben der Schrauben verabschieden sind, und die船 wird nicht verabschieden. Das ist auch, dass die Schrauben der Schrauben in der Luftfahrt sind. Die Schrauben der Schrauben haben die Schrauben für die Schrauben. Warum? Was hat er mit dem Kiel geholt? Oh, ich kam wirklich nicht an Bord. Schade. Ich hab's versucht, es geht nicht, tut mir leid. So, ich bin mir sicher, wo wir eigentlich entlang müssen. Wir haben oben eigentlich noch eine schöne Steppe. Wo wir hingehen können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir da überhaupt schon rauskommen. Ich meine, das zeigt sich jetzt eigentlich gerade so an, als... Könnten wir dann noch nicht durch. Flammengesteinsplitter. Noch mehr Flammengesteinsplitter. Jetzt können wir dann langsam aber sicher in die Hauptstadt fahren, um das Flammengesteinsplitter zu verkaufen. Was mich gerade so wundernimmt mit Verkauf. Kann es sein... Da kommt wirklich nicht durch. Wo muss ich denn jetzt entlang? Also im gleichen Ort wieder raus, wo ich reinkommen bin? Nein, ich weiß nicht genau. Ich werde es mal versuchen. Aber beim nächsten Mal, da machen wir uns auf den Weg in diese große Wiese. Oder in die große Schneemenge, wo wir letztes Mal gesehen haben. Und schauen mal, ob wir ins nächste Dorf kommen. Wieso kommen wir nicht im Vordergang raus? Das ist bescheuert. Vielleicht habe ich auch hier irgendwas vergessen zu machen. Vielleicht müsste ich... Vielleicht müsste ich jetzt schon mal zurückgehen ins Gasterhaus. Moment. Das kann ich ja noch schnell mal machen. Zu Megilu. Magilu. Magilu. Genau. Magilu. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen richtig sage. So laut ich gerade so japanisch gelernt habe, soll es eigentlich richtig sein. Okay. Nein. Sie sind mir noch uninteressiert an unserer Truppe. So. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt speichern. Und wir machen beim nächsten Mal wieder weiter bei Tales of Berseria. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Ciao.